Sie sind hier, 15. November 2018, 13.16 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern, verkleinern, Björn Krupp soll vor einem Wechsel nach Mannheim stehen, Urheberrecht, Getty Images, Björn Krupp soll einen Wechsel innerhalb der Dell anstreben. Der Verteidiger verlässt sich Grieslis Wolfsburg scheinbar in Richtung Mannheim. Eishockey-Nationalspieler Björn Krupp spielt übereinstimmende Medienberichten zufolge ab der kommenden Saison für die Adler Mannheim. Er wolle, den nächsten Schritt machen, ein neues Kapitel aufschlagen, sagte der Verteidiger der Grieslis Wolfsburg. Zuvor hatte der 27-Jährige ein Angebot zur Vertragsverlängerung abgelehnt, schrieben die Wolfsburger Allgemeine Zeitung und die Wolfsburger Nachrichten sowie der Mannheimer Morgen. Der Sohn des früheren Bundestrainers Uwe Krupp folgt damit seinem Ex-Coach Pavel Groß, der seit dieser Saison die Mannheimer trainiert. Unter Groß war Krupp zum Nationalspieler gereift, im Februar 2018 war er Bestandteil der Silberhelden von Pyeongchang. Die Entscheidung ist mir super schwer gefallen, denn ich mag Wolfsburg sehr. Es ist gut, dass das geklärt und damit vorbei ist, ergänzte Krupp. Jetzt die Sport1 App herunterladen, von Sportinformationsdienst.